mohr freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge kai server kein update aber ich werde diesen server habe mich entschieden ob ich verlose ob ich nicht verlose habe ich ein letztes video gesagt wo ich gesagt habe wir richten kai server ein haben ja auch gemacht hier das habe ich nicht hier das habe ich glaube ich live gemacht vor ort weiß ich jetzt nicht mehr aber naja also den server werde ich verlosen das kommt dann weg zack 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 ankündigung event ihr könnt dann teilnehmen dritter moment ist kurz vorbei ist ja hier team server guards mit diesem link hier was natürliche mainstream ist verlinkt ist und ja und jeder kann dann den server haben wenn ihr mich auch anschreibt will hunting hashtag 7558 hier sind sogar schon drauf und ja wer gewinn braucht nur kommentieren warum du möchtest die server gewinnen möchtest oder haben möchtest und ja das war es jetzt mit diesem video last line ein abo da und wir sehen uns bis zum nächsten mal und wenn ihr wunderbar kann dann ein timer läuft das ist für meinen twitch kanal ob ihr einen twitch kanal und ihr freundet ihr also ich verlose den server also freundlich wünsche euch einen tag aber wir gucken mal kurz noch an und dann sehen wir uns hier das nächste mal wieder ich versuche 20 minuten mein das ist die freunde also ihr könnt gewinnen teilnehmen server beitreten mein schreiben kommentar warum ihr gewinnen wollt oder haben wollt ich erstelle so ein glücksrad passiert dann ist und das trägt dann und dann der gewinner ist dann froh also tschüss tschüss tschüss